Ah, Firaxis. Ach, das große Vorbild, die letzte Bastion der stabilen Releases, des reichhaltigen Angebotes und des Fanservices. Niemals hast du uns enttäuscht und begrüßt uns ständig mit Dingen wie der Neuauflage von XCOM und den immer wiederkehrenden Releases von Civilization. Es gibt keinen Shitstorm oder irgendetwas, was dich in Verruf bringen könnte. Aber wieso habe ich dann Angst um Civilization 7? Und wieso bin ich der Meinung, dass auch ihr da draußen, die ihr dieses Video schaut, Angst um das nächste große Spiel von Firaxis haben solltet? Das hat einige Gründe, wobei ich ja jetzt keine große Massenpanik auslösen will, also lasst erstmal die Missgabe noch stecken. Ich will nur meine Gedanken wie üblich über die Firma und die letzten Spiele äußern und eure Meinung zum Thema hören. Denn die Angst um Civilization 7 ist in der heutigen Landschaft der Gaming-Industrie die einzige gesunde Einstellung. Räumen wir erstmal das Offensichtlichste aus dem Weg, wo ich richtig in diesen Punkt einsteige. Viele fanden Civilization 6 einfach nicht gut, ob es wegen der neuen Distrikte, der Grafik oder sonst was war. Dazu gehöre ich absolut nicht. Mein Kanal hat nicht umsonst viele Playthroughs zu Civilization 6 angesammelt. Ich fand auch Civilization 4 und 5 gut, wobei ich persönlich zum Beispiel kein Fan von diesen Massenarmeen von Civilization 4 war. Oder sagen wir, dass ich das nur in bestimmten Gemütszuständen gut fand. Der Punkt ist eher, dass ich meine Videos zu Civilization erst gemacht habe und auch erst so richtig die Sucht für das Spiel entwickelt hatte, als Gathering Storm, das zweite umfangreiche DLC, für das Spiel herauskam. Ich gebe ehrlich zu, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe, sogar den Namen der ersten großen Erweiterung verdrängt oder vergessen habe. Das werde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Den werde ich jetzt auch nicht nennen, denn es ist eure Herausforderung, mal zu überlegen, wie hieß denn nochmal diese große DLC. Und um einen Punkt zu verdeutlichen, Civilization 6 war erst so richtig gut, als diese Erweiterung herauskam. Das ist zumindest meine Meinung. Vorher war es eine Hülle, die noch deutlich mit Leben in Form von neuen Ideen, interessanten Zivilisationen und so weiter gefüllt werden musste. Und da reichte auch anscheinend, deswegen vergesst man schnell den Namen, das erste DLC oder das erste große DLC, nicht die Kultur DLCs, nicht aus. Erst durch Mechaniken wie das Kulturflippen von Städten, Loyalität, Naturkatastrophen, neuen Einheiten, vielen interessanten Kulturen und vielen Patches wurde das Spiel richtig anspruchsvoll und interessant. Und deswegen hatte ich auch erst dann Lust, hunderte über hunderte Stunden in dieses Spiel zu stecken, das neben anderen Spielen mein meistgespieltes Spiel aller Zeiten geworden ist. Und für die Civilization 5 Fans unter euch, dasselbe galt auch für Civilization 5. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei Civilization 6. Erst als die Religion und all die Neuerungen von Brave New World und Gods and Kings hinzukamen, war es wirklich ein Spiel, das einen lange binden konnte. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen gemodellten Versionen, sondern vom Vanilla-Erlebnis. Ich erinnere mich, dass ich Civilization 5 einfach öde fand am Anfang und ich schon damals in dieser grauen, weit entfernten Vorzeit wusste, dass das richtige Fleisch erst mit dem DLC kommt. Das heißt, schon damals war tatsächlich die Situation so, dass wir neue DLC brauchten, um zu wissen, das Spiel ist jetzt fertig oder verbessert oder interessant genug. Zumindest war das meine Einstellung damals. Auch bei Civilization 5 war halt die KI kaputt. Entweder zu aggressiv oder nach ein paar Patchen zu passiv. Die Systeme oberflächlich beim Release, wo zum Beispiel in meinen Augen eben die Distrikte bei Civilization 6 schon sehr geholfen hatten. Und dafür braucht ihr mich jetzt bitte nicht zu erschlagen, das ist meine persönliche Meinung. Und ich erst nach einem Jahr bzw. dem Release der ersten größeren Erweiterung das Spiel so richtig suchten konnte und vor allen Dingen wollte. Und um etwas in eine andere Nische der Strategie auszuholen, kann ich dasselbe für XCOM behaupten. Wobei ich hier den ersten Teil tatsächlich immer als öde, als nicht gut empfunden habe und erst den zweiten Teil mit seinem Add-on als wirklich gut, variabel, interessant, spannend usw. wahrgenommen habe. Bitte auch dafür nicht steinigen. Und vor allen Dingen, wer die alten, ganz alten XCOM-Teile so gesucht hat, wie ich damals als Kind, wobei ich Terror from the Deep Air als Oberspiel wahrgenommen habe damals, er wird verstehen, warum diese neue Variante nicht den gleichen krankhaften Suchtfaktor hatte, nicht diese gleiche Bedeutung und diese tiefe Spieloffenheit ging. Und ich rede natürlich wieder nicht von gemoldeten Varianten wie Long War, was ja eben versucht, den alten Geist wieder zu erwecken. Aus diesen Gründen könnt ihr hoffentlich verstehen, warum ich skeptisch bin, dass das Next Civilization mit so viel Fleisch und Superideen, neuen Mechaniken und Wahnsinnsfeatures ausgeprägten Religionssystemen, Kultursystemen und weißt, was ich noch auf den Markt kommt. Und nicht erst durch zusätzliche Gerichte, also mehr DLC, Kulturen, interessanteren Kulturen, Patches usw. so richtig vollwertig wirken. Und jetzt versetzt euch mal gedanklich in diese Zeit von vor zehn oder mehr Jahren und vergleicht die Spieleindustrie mit der von heute. Denn wenn wir uns alle Releases der letzten Jahre anschauen, dann sehen wir einen klaren Trend, den ich ja schon in meinen anderen Videos immer wieder ausgedrückt habe. Schaut sie euch gerne an über diese Liste, bei einem leckeren Getränk, lehnt euch zurück. Aber lasst vorher ein Like und ein Abo da, das wird mir sehr helfen. Denn immer mehr Releases wirken wie rausgehauen und das gilt ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Das wissen wir, glaube ich, alle, also alle, die das Video hier schauen. Als aktuelles Beispiel für mich kann ich persönlich Millennia erwähnen, das halt so geniale Mechaniken hat, was ich noch immer versuche, auf Großmeister wirklich zu brechen, Forschungstechnik voranzukommen und die wirklich zu unterjochen. Diese Mechaniken sind aber absolut bescheiden kommuniziert und auch im späten Spiel teilweise, das merkt man einfach, dahin geklatscht. Man merkt also, dass hier Paradox ganz klar Druck gemacht hat, aber die Ressourcen nicht wirklich zur Verfügung gestellt hat. Ebenso, als wenn die Firma C-Prompt dazu gezwungen wäre, das Spiel, haltet euch fest, Prompt rauszubringen. Das passiert ja auch bei Paradox eigenen Kreationen oder den Spinoffs, also den Saga-Teilen von zum Beispiel Total War. Das passiert halt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, bei den schlimmsten Firmen, also EA und Ubisoft und so weiter eigentlich durchgehen. Ich muss gerade ein bisschen was zurückhalten. Wir befinden uns derzeit eben in einem Klima, wo die Maximierung von kurzfristigen Gewinnen wichtiger ist als das Endprodukt. Und das Problem ist halt, dass 2K als Publisher nicht eben dafür bekannt ist, großzügig mit den Fans umzugehen. Gerade ihre Annual Releases, wie die NBA-Spiele, sind ja ähnlich wie FIFA, dafür bekannt, dass sie auch gerne mal ja Monetarisierung einbauen, wie hier zum Beispiel Werbung bei einem Vollpreistitel, muss man sich mal vorstellen. Ich glaube aber schon, dass Firaxis einen sehr hohen Stellenwert bei 2K hat, dass sie sich, sagen wir mal, etwas erlauben können. Allerdings wird sicherlich deutlich kommuniziert, dass die Monetarisierung in irgendeiner Form schon vor dem Release geplant werden muss. Und wir deswegen nicht erwarten sollten, dass wir ein wirklich komplettes Produkt mit allem, ich sag wieder, Fleisch bekommen, wie wir es eigentlich hoffen würden. Hoffen wir aber zumindest mal, dass uns die Peilen der kosmetischen Ingame-Käufe oder ein ekelhaftes Pay-to-Win in irgendeiner Weise erspart bleibt. Glücklicherweise können wir ja behaupten, dass die Ära der Lootboxen so gut wie vorbei ist, also werden wir so oder so davon verschont bleiben. Jetzt bin ich aber ganz ehrlich, davor habe ich jetzt nicht wirklich Angst, die berechtigste Besorge bleibt aber immer bestehen. Bleibt halt einfach so der Gedanke hängen, vielleicht ist es auch so weit, dass Firaxis zu einer neuen Art der Monetarisierung genötigt werden wird. Wir haben ja jetzt schon gesehen bei Civilization 6, dass es halt DLC gab, die man ja in diesem Jahresverlauf machen würde. Das war eigentlich, fand ich, okay, aber man sieht auch da schon dran, es werden dann neue Wege gesucht, wie man halt die Spieler vielleicht einbinden kann, auch finanziell einbinden kann, weil es noch immer sehr gemäßigt wäre. Von daher ist das alles in Ordnung. Nur positiv kann man auch die Entwicklungszeit betrachten, die Firaxis zur Verfügung hatte, um sich um Civilization 7, ja damals auch 6, zu kümmern. Zumindest in diesem Punkt haben wir eigentlich auch wieder nichts zu befürchten. Aber, denkt jetzt mal an ein recht aktuelles Spiel, was ja angeblich 11 Jahre Entwicklung war, Skull & Bones, gut, es war auch von Ubisoft, Entschuldigung, ich muss da immer was zurückhören. Das heißt also leider auch nicht mehr, dass man wirklich ein gutes und fehlerfreies Spiel bekommt, weil es, glaube ich, eher hinter den Kulissen dann Probleme gab. Aber das soll jetzt dahingestellt sein. Außerdem zweifle ich auch einfach mal 11 Jahre Entwicklung an, sondern eher, glaube eher, dass es so eine On-Off-Entwicklung gab, die immer wieder Probleme hatte, kein Geld hatte und weiß nicht was. Das war ja auch sehr ähnlich bei den neuen Siedler-Time, der ja nicht wirklich ein Siedler ist und eigentlich auch wenig mit dem Franchise an sich zu tun hatte oder dem Genre. Und nur deswegen als Siedler zu bezeichnen wird, weil Ubisoft, oh Gott, den keinen mehr zurückhalten, es so will. Es wurde ja innerhalb der Jahre irgendwie so verdreht und neu aufgekocht, sodass es irgendwie doch noch mit einem Schild Kantspuren von Siedler enthalten und verkauft werden sollte. Aber ich schweife ab. Machen wir mal eine kurze Schweigesekunde für die Siedler und das ganze Franchise dahinter. Schande. 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 Es ist ja auch schade, dass ich mittlerweile so abgestumpft und negativ eingestellt mich wiederfinde, wobei ich früher immer mit Begeisterung auf neue Spiele meiner Lieblingsreihe gewacht habe. Und ich denke, das geht einfach sehr vielen so. Und was sollen wir tun? Das Alter, also man ist ja kein naives Kind mehr, was sich auf alles Neues freuen und vor allem die vielen, vielen schlechten Erfahrungen der letzten Jahre führen nun mal dazu, dass ich als reflektierter, erwachsener Mensch merke, wie mich diese Spielefirmen immer weniger begeistern wollen, beziehungsweise die Entwicklung selber immer weniger ein Produkt aus Leidenschaft entwickeln dürfen oder auch wollen oder sogar können, sondern ich nur noch nachdem bemessen werde, wie viel Geld ich in der Statistik wert bin und wie weit sie gehen können, um auch vom Otto-Normalverbraucher dieses Geld zu maximieren, also zu bekommen. Wir wollen natürlich das Anbildungsgebäude eurer Wahl im Dorf lassen, denn um Civilization VI hat sich Firaxis auch wirklich ausgiebig gekümmert. Auch wenn man viel Geld da lassen musste. Wenn wir das aber jetzt zum Beispiel mit Paradox eigenen Titeln vergleichen, dann war das ja wirklich ein Schnapper, den man da für diesen Content geben konnte. Sicherlich stoßen gerade Älteren diese Zivilisations-Packs bis heute auf, mir natürlich auch, vor allem wenn die Kultur dann auch noch eher langweilig war und eine Ressource XY schneller generieren konnte. Sehr langweilig, statt so chaotisch wie Mali oder die Maori zu sein, die es hier auch gab. Dennoch waren die neuen Modi, die Modbarkeit und die bis heute anhaltenden Challenges eine sehr gute bis nette Bereicherung, die jeden Civ-Veteranen doch nochmal für ein, zwei Runden aus dem Keller gelockt haben. Doch was sollte so eine Civilization bieten, wenn wir uns jetzt wirklich mal dem Thema zu wenden, um unsere Hoffnung auch im Bewusstsein hochzuhalten, dass wir das Spiel mit DLC vervollständigen werden müssen? Ganz klar für mich persönlich die KI. Es muss das oberste Ziel aller Entwickler von Strategiespielen, aber hier eben auch für Raxxys, die ja sehr viel Zeit, viele Ressourcen und viel Vertrauen bekommen, seien eine intelligente, nach programmierten Persönlichkeiten agierende KI zu entwickeln, die die gebotenen Mechaniken gut bis sehr gut, je nach Schwierigkeitsstufe, nutzen und nicht einfach wie bei Civilization VI mit massiven Sheets ausgestattet werden, die aber im Late Game immer weniger Bedeutung haben und die KI dann einfach ein bisschen alber machen oder sogar die KI rächen, wie es ja auch am Anfang von Civilization VI der Fall war. Denk mal an diese 200.000 Reiter, die die Leute oder die KI dann in ihren Gebieten rumliegen hatte, die natürlich komplett obsolet war irgendwann. Ich muss sagen, dass die KI auch auf jeden Fall in Civilization VI, also sowas wie dieses, ich habe überall Reiter rumstehen, gibt es halt nicht mehr, weiterentwickelt wurde. Aber als Veteran keinerlei Herausforderung mehr bietet auf Gottheit, also selbst auf Gottheit. Also nach dem Early Game, da hatten sie halt zehn Krieger mehr, drei Städte, da war das schon schwierig. Und wenn das scheitern sollte, dann sollten sie wenigstens den Spielern alles selber bestimmen lassen. Das heißt, selber bestimmen, wie die Schwierigkeit einzustellen ist. Wie viele Krieger kriegt die KI extra? Wie viele Siedler kriegt die KI extra? Was für Boni hat es? Alles sollte regulierbar sein. Das ist schon immer irgendwie aus dem Trend heraus, aus dem Mainstream raus. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass man einfach selber regulieren kann. Das ist eines der wichtigsten Features und das ist ja auch nicht so schwer. Das heißt, wir können jeden Buff, jede extra Einheit, alles selber regulieren. Das wäre einfach wichtig. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nachdem ich es gespielt habe, so ein tiefes Ressourcen-Kettensystem, das so wie bei Millennia oder halt so Aufbauspielen halt vorhanden ist und wieder ausgeprägte Regierungskultur-Talentbäume, nenne ich sie mal, wie bei Civilization V, zusätzlich bitte zur Kulturforschung. Ich bin ein Fan der Kulturforschung. Ich fand das sehr interessant. Man konnte sich entscheiden, Kultur oder Wissenschaft oder versuchte beides zu machen. Aber dass wir zusätzlich noch diese coolen Talentbäume hatten, wie bei Civilization V, das wäre mir schon wichtig. Und was ja Civilization auch recht gut konnte, das was aber noch verfeinert werden sollte, wären neue Siegbedingungen oder die alten nochmal deutlich auszubauen und die halt wirklich über neue Mechaniken auch in späteren Zeitaltern wirklich noch Spannung bringen. Weil oft finde ich mich bei Civilization, bei Millennia auch, wobei es später ist durch die KI, aber so, dass ich nur noch Ende, Runde, Ende, Runde, Runde, Ende drücke und keinerlei große Spannung mehr habe. Ich weiß, ich habe gleich einen Kultursieg, dann drücke ich einfach 20, 30 Mal Rundenende und das war's. Das heißt, das bringt mich nicht zurück zum Spiel. Und dann kann ich nur sagen, sagt mal eure Meinung. Was sagt ihr denn? Was haltet ihr für nötig, damit ihr in Civilization 7 einen Erfolg seht? Eine Neuerung aus der Stagnation der Strategiespiel-Standard. Es ist nämlich nicht umsonst so, dass so viele Strategiespiele auf dieses Spiel, Civilization 7, warten. Es ist die letzte relativ verlässliche Hoffnung auf ein richtig gutes und ich sage es auch geiles Strategiespiel von einer gut betuchten Firma, die sich aber nichts Negatives geleistet hat. Das sind jedenfalls die Gründe, weswegen ich viel Angst, Sorgen, Bauchschmerzen, wie auch immer vor dem Release habe und als gestandener alter Mensch, der Vollzeit arbeitet, mehr Nervosität wegen so einem Computerspiel habe, als es eigentlich dann doch irgendwo gesund sein sollte. Aber das gehört dazu, wenn man ein absoluter Gaming-Nerd ist, auch im höheren Alter. Denn was haben wir sonst, als die Hoffnung auf einen weiteren Hit von Praxis, der uns mehrere hundert Stunden aus der Realität, die nun mal seine Probleme hat, entfliehen lässt und uns eine Welt versetzt, wo uns der verfluchte Gandhi mit seinen blöden Atombomben zu Aschle verwandeln kann. Und wenn es gerechtfertigt ist, in eine Firma diese Hoffnung zu setzen, das möchte ich auch ganz klar betonen, dann jawohl auf jeden Fall für Raxxys. Diese Firma, die uns über Jahrzehnte mit diesem tollen, zeitalter bespannenden Spielen tausende Stunden Unterhaltung gebracht hat, ist ein Hoffnungsträger. Ja, Kritik hin oder her, all diese Kritik, muss man einfach sagen, spielt da nicht so viel Rolle wie bei manch anderer Firma. Denn ich empfinde sehr großen Respekt für Praxis und hoffe, dass sie niemals ihren Weg verlieren oder durch irgendwelche ökonomischen Zwänge ihres Publishers oder irgendetwas anders in die Knie gezogen werden. Denn sie steht als eine der letzten Firmen da, der ich noch fast volles Vertrauen schenke, trotz jeder Bedenken. Ach und wehe, ihr erlaubt euch bei Civilization 7 einen Ausrutscher wie bei Beyond Earth. Es war jetzt ja nicht total schrecklich, aber verdampfbar bloß. Also pui, das auf keinen Fall machen für Raxxys. So, und damit schreibt mir eure Meinung, eure Bedenken, eure Hoffnungen, eure Liebe für für Raxxys. Denn hat sie schon verdient, die Firma, muss man einfach sagen. Selbst wenn der Civilization 4 nur spielt oder 5, schenkt ihnen Liebe. Die brauchen sie, Bestätigung und guckt, dass wir da ein super Produkt rauskriegen. Oder halt schickt mir alles andere, denn ihr wisst ja, der Algorithmus ist ein lebendiges Wesen. Das braucht Futter. Boah, irgendwie habe ich jetzt so richtig Bock auf Civilization 5 bekommen, Leute.